Das ist die Nummer 166. Da war die Vorlage wieder ein Foto aus meinem wunderbaren Naum-Gabo-Katalog hier. Und zwar dieses Teil. Hängende Konstruktion im Raum 1951, 1952. Und das sieht schon auf dem Foto, sieht man schon hier die Augen. Das war ja schon quasi vorgegeben. Nun gut, das habe ich abgezeichnet und das Beste draus gemacht, muss man sagen.